Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Video, wir spielen heute im Champions Shield Pokal, weil im Moment kein anderer Gold Pokal draußen ist, mit diesem Team ein Spielchen, beziehungsweise werden wir das Turnier spielen, aber nicht in dem kompletten Video, weil es sonst viel zu lang dauert, das alles zu schneiden. Und wir suchen auch schon direkt einen Gegner, nur ich habe erst überlegt, Footroof zu spielen, aber ich habe keinen Bock gehabt, irgendwie eine scheiß Challenge jetzt nachzumachen, weil das bringt einfach nicht übersetzt, wenn das keiner sagt, ja mach mal die oder die Challenge, dann schaffe ich das einfach nicht, einfach eine Challenge schon nachzumachen, so und dann ist es auch lustig zu tun, als es jetzt noch keiner gemacht hat. Wir finden sogar einen Gegner jetzt, wo ich das zweite Mal aufnehme, wir haben gerade ewig gesucht, egal, das ist ja perfekt. Ja gut, er macht schon Stress, da gehen wir direkt mal rein, nehmen die weißen Trikots und er nimmt seine blauen Franzosen Trikots, glaube ich, und das ist seine Mannschaft, sieht machbar aus, aber Handanovic kommt bei mir jedes Mal als Gegner dran, der hält alles, er hält wirklich alles, wir werden es gleich im Spiel sehen. Auf jeden Fall zur Bean Bustle Challenge, die ich gerne mal machen würde, einfach nur aus dem Grund, da ich endlich mal sehen oder merken möchte, ob diese Scheißbohnen wirklich so ekelhaft schmecken, wie es jeder sagt oder wie die alle tun, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Das wäre die einzige Challenge, die mich wirklich mal richtig interessieren würde, auch wenn es ein bisschen, ja, ja, Klicker, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall, von mir aus meint die Bewertung aus, oh Gott, ist das Headset laut, aber ich möchte es auf jeden Fall einfach mal sehen. Ob das wirklich so ekelhaft ist, heute hat zum Beispiel jemand in der Schule das dabei gehabt, ähm, und sie hat mir zwei welche angeboten, ich habe aber keine genommen, aus dem Grund, da ich einfach zu cool dafür bin und die mir einfach mal selber kaufe irgendwann. Ja gut, vielleicht gibt sie mir ja demnächst welche, wenn sie mal wieder welche dabei hat, aber, ähm, ja, dann kann ich es vielleicht mal ausprobieren, dass ich dann mal sehe, ob sich das lohnt, die Scheißdinge überhaupt mal zu kaufen, weil irgendwie, ich kann mich nicht davon überzeugen, auf jeden Fall werden wir jetzt das Spiel hier ein bisschen spannender gestalten, aber die Aktion zeige ich euch jetzt noch. Mal, die ist auch schon vorbei, aber Neymar, gib nicht auf, Abade, juckt es überhaupt nicht. Bis zur nächsten Szene. Quale von... Alter. Ja, jo, Ramos, Ramos. Alter. Was? Eins, zwei, drei, vier, schusch, 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 Tor. Was? Ich hab gewusst, dass ich gegen das Team wieder aufs Maul-Krieg. Lass gucken wir uns jetzt nochmal an. Ich dachte, der macht Spaß, aber dann zack, 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 Ramos so. Schöpisch jetzt nicht. Guck, guck, guck. Easy. Oder ist er da noch dran? Aber Handano wird schön, äh, hätten gehalten, ne? Ja, es ist, es ist, es ist ja wieder ganz klassisch. So. Direkter Durchmarsch zu Ares mit dem Rabona, äh, mit dem Megidi Spin nach innen. Abade, du bist so ein Drecksack. Die Baller, Tor. Wieder mit links. Erst Calafon mit links, dann die Baller mit links. Der paced einfach nur durch. Ich hab keine Chance, seht ihr ja, hier meine Verteidigung. Ich kann nix machen. Es ist unglaublich. So, Neymar. Ja, das war ganz gut, dass er den nicht getroffen hat. Neymar, schieß! Wieder geblockt. Es ist so ein Lächeln. Jedes Spiel läuft zur Zeit so ab. Block, 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 block. Oder Handano wird schnell den Ball. Es sind immer die gleichen Teams, die ich online treffe. Es ist, macht langsam echt gerade keinen Spaß mehr. Also ich könnte schon wieder eine Pause machen, so für zwei Wochen von FIFA. Modric! Ey, wohin willst du spielen? Eieieiei. Macht ja schon wieder Block hier, ey. Unglaublich. Na klar. Ich kann grad gar nicht. Ey, unglaublich. Ich möchte das Video eigentlich wegschmeißen, aber ich mag's nicht. Es macht eigentlich keinen Sinn, es hochzuladen, wenn ich jetzt verlieren sollte im Turnier. Aber ich werd's machen. Ich werd's machen. Weil's mir scheißegal ist. Ey, was ist das? Komisch. Ich mach sogar schon diese... Habe ich mir gedacht, blende ich jetzt ein, wenn da was Lustiges passiert. Und tatsächlich fallen die alle nur um. Alter. Komm. Und Grischowiak. Was? Was willst du machen? Mann, ey, er versucht Sachen. Ich mein, ich weiß es ja nicht. Ach komm. Alkisio. Als ob er so schnell ist. Alba, bitte. So. Komm. Komm, komm, komm. Das Lied ist noch nicht vorbei. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Jetzt geh doch mal an Ballnehmer. Ey. Und Flanke. Flanke. Die ist doch scheiße. Die ist doch scheiße, Mann. Okay. Modric kriegt den Ball und zieht hier Bale. Ich hab's schon wieder gespuckt, aber das ist ja nicht selten. Bale muss nochmal nachreden. Bale. Ja, Mann. Bah. Zwei mal die Leute gebolzt, aber er ist drin. Und da muss die Faust, die Klopp-Faust. Die muss aber kommen. Ähm. Jungs. Hallo. Die laufen alle weg. Alter, ich hätte es aber auch sagen wollen. Pareko. Der ist doch, der ist geisteskrank. Jungs. Ihr seid schon wieder auf Rille. Ja, auf Rille oder Ars. Rille oder Ars. Rille. Moment. Ach, das Traum. Das macht so viel Spaß. Und zu Ares. City. Ne, war. Der Ball kommt nicht an. Ich nehm mir trotzdem. Ich lauf weiter. Ich skill mich vorbei. Ich komm sogar vorbei. Ich geh nach innen. Ich werd irgendwie hier hinterher. Und da die Jodeln. Was weiß ich. Ja, ist nett. Und wir müssen jetzt hier. Nach innen. Nach außen. Nach innen. Vorbei. Neymar. Suarez. Äh, Jesus. Ach, keine Ahnung. Spiel ist aus. 2 zu 2. Es geht in die Verlängerung, Freunde. Ich hab keine Ahnung, was das soll, ne? Rät ich hier schon wie für die FIFA, ey, Freunde. Mehr oder weniger kurz auf Modric. Luka Modric. Der muss erstmal hier vorbei. Und jetzt kommt er nochmal hier durch. Modric, schätzt dich mal durch. Schätzt dich doch durch. Schätzt dich durch. Oh, Mann. Neymar. Muss hier wieder einen Einwurf machen. Wir nehmen hier hinten mal Alba mit. Neymar. Neymar kann jetzt hier mit dem Spin nach innen. Ah, ja. Ne. Jesus. Ich lauf voll da rein. Juck. Ich nehm mich nicht. Eckball. Modric kurz ausgeführt. Modric haut das Ding direkt in die Mitte. Auf Klitschowiak. Der macht's. Der macht's. Der macht's. Klitschowiak macht's einfach. Jedes Mal, wenn ich ihn brauch. Bail mit seinem... Ah, wot, 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 wot. Kein Spaß. Der ist drin. Der ist drin. Geh weg, Tschiri. Ey, Thomas, geh weg. Herzle. Ich mache Herzle. Wo ist der Kameramann? Da ist er noch. Die ganze Offenbande brüllt. Die ganze Offenbande brüllt. Wo ist die Kunde? Das Neustre. Wo ist das Neustre? Wo ist das Neustre? Wer auch denkt, dass Bail im FIFA ein bisschen wie Nafa aussieht, der gibt mir einen Daumen nach oben. Oder nach unten. Für Bail. Spaß. Und aus. Wir haben's gewonnen. Freilich. Wo ist denn anderes? Freilich haben wir's gewonnen. Da, hier nochmal das Funnel. Da ist noch keine Konne. Ich kann's sauber, ey. Die Spielebewerbung hat's in. Passt doch eh nicht. Das ist ein bisschen weiter. Ich hätte gedacht, dass wir verlieren. Ganz ehrlich. Aber. Ich hab grad ein bisschen Broccoli, was zu trinken. Ich hol mir jetzt auch erstmal einen Kaffee. Und einen Faschings-Krappel. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Schreibt mal eine Challenge in den Kommentaren rein, oder ob ich diese Bienen-Buzzled-Challenge machen soll. Einfach nur, damit ich seh, ob diese Scheiß-Dinger wirklich gut schmecken. Vielleicht lass mir einfach mal welche geben. Obwohl, ich kann ja nicht schnorren. Das ist ja auch beschissen. Egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Aus rein. Danke fürs Zuschauen und tschüss.